In diesem Video will ich euch die Features vorstellen, mit denen JetGPT aktuell die Konkurrenz in den Schatten stellt. Nach dem großen Update infolge des Dev Days von OpenAI wurde der beliebte Chatbot eigentlich komplett neu aufgestellt und bietet jetzt jede Menge Möglichkeiten, die davor unvorstellbar waren. Starten wir direkt mit Nummer 1. Voice. Sowohl die iOS als auch die Android-App bieten jetzt nicht nur die Möglichkeit, per Stimmeingabe mit der KI zu kommunizieren. Seit dem letzten Update bekommt man jetzt auch eine gesprochene Antwort. Und zwar von einer ausgesprochen menschlich klingenden Stimme. Diese Funktion ist für alle registrierten User verfügbar und man benötigt keinen Plus-Account, um das Feature verwenden zu können. Man kann ganz einfach die Stimme auswählen, die einem gefällt und muss dann nur noch auf das Icon hier in der App klicken und schon kann man den Dialog mit der KI starten. Custom Instructions. Ein weiteres Feature, das allen Usern zur Verfügung steht, sind die sogenannten Custom Instructions, mit denen man GPT gewisse Rahmenbedingungen für die Interaktion mit einem selbst geben kann. Anfang letzten Jahres wurde noch viel mit Rollenzuweisungen gearbeitet, aber diese sind tatsächlich seit den Custom Instructions nahezu überflüssig geworden. Wir finden die Instructions, wenn wir hier unten auf unseren Account klicken und dann das Pop-up öffnen. Hier haben wir dann zwei Textfelder, in denen wir GPT einfach mehr Informationen geben können. Damit kann der Bot dann bessere und vor allem auf uns zugeschnittenere Antworten generieren. Im oberen Feld geben wir der KI alle wichtigen Informationen über uns. Damit der Bot dann weiß, für wen er die Antworten generiert und sie entsprechend anpassen kann. Hier können beispielsweise Bildungshintergrund, kulturelle Besonderheiten und unsere Ziele aufgeführt werden. Das mag jetzt vielleicht befremdlich klingen, aber es hilft tatsächlich, bessere Antworten zu generieren. In Bezug auf die Antworten selbst geben wir im zweiten Textfeld dann weitere Rahmenbedingungen und Anforderungen an. Die wichtigste ist vermutlich, dass wir hier GPT sagen können, dass es neutral und ohne eigene Meinung antworten soll. Etwas, das in der Vergangenheit oft kritisiert wurde. Ansonsten kann man hier auch angeben, wie man angesprochen werden möchte und wie lang oder kurz die Antworten idealerweise sein sollen. Wenn wir dann zufrieden sind mit unseren Angaben, können wir das Ganze speichern und schon haben wir GPT für unsere Bedürfnisse angepasst. Wichtig an dieser Stelle, die Custom Instructions können natürlich jederzeit bearbeitet oder deaktiviert werden. Nachdem wir jetzt zwei extrem praktische Features kennengelernt haben, die allen Usern zur Verfügung stehen, wollen wir uns jetzt den Premium Upgrades zuwenden. Das beste Tool für die Aufgabe selbstbestimmen. Nach dem Update auf die neue Benutzeroberfläche haben jetzt alle Plus-User Zugriff auf die wirklich multimodale Version von GPT. Was bedeutet das? Wir müssen nicht mehr im Dropdown auswählen, welches Tool wir jetzt gerne verwenden würden, also zum Beispiel DALI oder Code Interpreter. Und dann waren wir darauf beschränkt. Also in einer Unterhaltung, in der ich Bilder erzeugt habe, konnte ich keine Datenanalyse machen. Jet GPT hat jetzt aber ständig Zugriff auf alle seine Möglichkeiten in ein und demselben Chat. Ich kann also ein Bild hochladen, mit Hilfe von Vision analysieren und die Verteilung der Farben mit Code Interpreter analysieren, in eine Excel-Datei schreiben und herunterladen. Vielleicht nicht die alltäglichste Anwendung, aber es zeigt relativ schön, wie vielfältig und komplex die Anwendungen mittlerweile sein können. Für uns bieten diese Möglichkeiten tatsächlich die größte Verbesserung von Jet GPT seit seiner Veröffentlichung. Gefühlt jeden Tag findet man neue Dinge, die man jetzt ganz einfach mit dem Chatbot lösen kann. Bis zu 128.000 Tokens an Kontext verarbeiten Mit dem neuen GPT-4 Turbo-Modell hat OpenAI all die Menge an Kontext, die verarbeitet werden kann, enorm gesteigert. Es können jetzt bis zu 128.000 Tokens vom Chatbot berücksichtigt werden. Damit, wenn man sich das irgendwie besser vorstellen kann, das sind ungefähr 300 Seiten Text. Das klingt unglaublich beeindruckend. Man muss aber ein bisschen davor warnen, sich hier blind darauf zu verlassen. In ersten Versuchen, bei denen es wirklich rein um die wahrheitsgemäße Wiedergabe von Informationen ging, wurde festgestellt, dass circa ab der Hälfte der Tokens die Genauigkeit von GPT-4 Turbo deutlich nachlässt. Also gerade dann, wenn man an die Grenze dieser neuen Möglichkeiten geht, bekommt man im Zweifel keine so guten Ergebnisse. Aber was die Tests auch gezeigt haben, ist, dass bis zu 64.000 Tokens eine perfekte Quote erzielt wurde. Also hier war alles richtig, was das Modell an Antworten geliefert hat. Selbstverständlich handelt es sich hier um einen Test. Und auch in der ersten Hälfte kann es sicher in der Praxis vorkommen, dass Fehler passieren. Trotzdem ist diese Fähigkeit absolut beeindruckend und eröffnet sicherlich viele neue Anwendungsgebiete für den Chatbot. Vor allem in Kombination mit unserem nächsten Punkt. PDF-Dateien lesen. Mit dem Update ist ChatGPT in der Lage, PDFs zu lesen. Das ging zuvor ja auch schon, wenn man die Dateien im Code-Interpreter-Modus hochgeladen hat. Dort wurde der Inhalt allerdings relativ umständlich über Python oder OCR ausgelesen. Das ist jetzt Geschichte. Der Chatbot kann jetzt PDFs nämlich ganz einfach durchlesen. Das geht deutlich schneller und dann können wir ganz einfach über den Inhalt dieser Dateien chatten, Fragen stellen, Zusammenfassungen bekommen und vieles mehr. Die Arbeit mit PDFs war ja immer ein Hauptanwendungsbereich, den viele nutzen wollten. Und das bei JetGPT eigentlich nicht immer so zuverlässig funktioniert hat. Aber jetzt und vor allem in Verbindung mit dem riesigen Kontext, den GPT4 Turbo ja mitbringt, ist das kinderleicht und funktioniert wirklich extrem gut. Natürlich kommen auch hier die Limitierungen ins Spiel, die wir gerade bei der Kontextlänge besprochen haben. Aber ich denke, selbst 64.000 Tokens, also ca. 150 Seiten PDF, sind schon extrem hilfreich. Und wenn man wirklich mehr braucht, dann kann man sich ja überlegen, das einfach etwas aufzuteilen und vielleicht einen Teil nach dem anderen zu bearbeiten. Tastaturkürzel verwenden. Mit der neuen Benutzeroberfläche wurden auch Tastaturkürzel eingeführt. Zumindest einmal für die wichtigsten Funktionen von GPT. Das ist in dem ganzen Trubel ziemlich untergegangen, kann aber für Power-User auf jeden Fall eine enorme Hilfe sein, beziehungsweise Arbeitsabläufe sehr vereinfachen und beschleunigen. Leider gibt es aktuell noch nicht für alles ein Kürzel. Aber einige der nützlichsten sind auf jeden Fall die Seitenleiste an- und ausblenden, einen neuen Chat öffnen, den letzten Codeabschnitt oder die letzte Antwort kopieren. Und mein persönlicher Favorit, das Kürzel für die Custom Instruction oder eben benutzerdefinierte Anweisung. Diese waren ja immer in diesem Menü versteckt und es war ziemlich nervig, dort hinzukommen. Aber jetzt haben wir einfach das Kürzel und können direkt Anpassungen vornehmen. Sehr, sehr nützlich. Benutzerdefinierte GPTs erstellen. Zur Erstellung von eigenen GPTs haben wir ja schon ein ausführliches Video auf dem Kanal gemacht. Das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Grundsätzlich bietet uns diese Funktion die Möglichkeit, eine eigene Version von JetGPT ganz speziell auf unsere Bedürfnisse angepasst zu erstellen. Ganz ohne programmieren zu müssen oder ein technisches Verständnis von KI oder Chatbots zu haben. Über eine simple Unterhaltung mit dem GPT-Builder werden alle Informationen erfasst, die wichtig für das Verhalten des fertigen Bots sind. Dabei wird hinter den Kulissen einfach nur ein detaillierter Systemprompt erstellt, den man aber natürlich auch noch von Hand anpassen kann, damit wirklich die richtige Anweisung an das eigene GPT gegeben wird. Superspannend ist, dass zusätzlich zu diesem Prompt auch noch Dokumente hochgeladen werden können, in denen die KI dann weitere Informationen suchen kann oder auch Stile kopieren oder ähnliches. Damit schafft man nochmal viel mehr Ausgangsmaterial für das eigene JetGPT und kann genau definieren, wie die Antworten und das Verhalten aussehen sollen. Man kann dann noch einen eigenen Namen und ein schickes Bild bei Bedarf auch KI generiert hinzufügen und schon kann man den Bot in die Seitenleiste packen und hat immer Zugriff darauf. Eigene GPTs kann man privat oder öffentlich machen und sie bei Bedarf natürlich auch jederzeit im Nachhinein bearbeiten. Das sind die besten Features von JetGPT, die den Bot von OpenAI unserer Ansicht nach aktuell sehr weit an die Spitze des KI-Rennens katapultiert haben. Wie siehst du das? Ist JetGPT unschlagbar oder benutzt du lieber einen anderen Chatbot? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auch gerne ein Abo und ein Like da. Ich bin Timothy Meixner und wir sehen uns beim nächsten Mal.